Sollten Christen Weihnachten feiern? Ich habe diesen Baum nur hingestellt, um einmal drauf zu zeigen. Aber ja, jedes Jahr dieselbe Frage. Kurz vor Weihnachten, sollten Christen eigentlich Weihnachten feiern? Ist Weihnachten nicht ein heidnisches Fest? Und dieses Fest hat ihren Ursprung im Okkulten und da haben die eigentlich andere Götter angebetet. Deshalb sollen wir Christen davon die Finger lassen. Es gibt etliche Videos darüber, aber ich wurde persönlich gefragt und deshalb mache ich ein Video darüber und teile euch meine Meinung. Ich werde euch heute einfach zeigen, wieso manche Christen Weihnachten feiern und andere Christen es nicht feiern. Und zum Schluss werde ich noch meine eigene Meinung zu dem Thema teilen. Aber bevor wir anfangen, vergesst noch nicht zu abonnieren, die Glocke aktivieren und falls das Video euch gefallen hat, das Video auch zu liken. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Wieso feiern manche Christen Weihnachten nicht? Was sagen sie? Grund Nummer 1. Es steht nicht in der Bibel. Nirgendwo in der Bibel heißt es, feiert den Geburtstag von Jesus Christus. Oder nirgendwo steht, stellt einen Baum auf, trefft euch mit der Familie. Nirgendwo steht es in der Bibel und deshalb feiern sie es nicht. Grund Nummer 2. Es ist gar nicht Jesus Geburtstag. Wir können gar nicht wissen, wann Jesus wirklich Geburtstag hat. Manche argumentieren, es kann gar nicht im Winter gewesen sein, weil im Lukas-Evangelium lesen wir was von Hirten, die rumgelaufen sind. Und Hirten würden gar nicht im Winter, also bei der Kälte noch draußen sein. Also ist er wahrscheinlich ganz wann anders geboren. Außerdem gibt es keine historische Quelle, die sagen würde, dass Jesus am 25. Dezember geboren ist. Deshalb feiern sie kein Weihnachten. Grund Nummer 3. Und das ist der größte Grund meistens, wieso manche Christen kein Weihnachten feiern, ist, weil es ein heidnisches Fest ist. Einige behaupten, dass Weihnachten ein heidnisches Fest ist und vermieden werden soll, weil es möglicherweise auf die Wintersonnenwende zurückführt. Manche warnen davor, sich mit unchristlichen Praktiken zu vermischen. Denn es wird gesagt, dass wenn man Weihnachten feiert, betet man automatisch den Sonnengott an. Aber, wieso Christen davor warnen, steht in Römer 2, 11-15. Und da lesen wir, dass das Volk anderer Götter nachgefolgt ist und dass es böse war in den Augen von dem Herrn. Manche sagen, historische Quellen würden sagen, dass die frühen Christen dieses Fest verboten haben. Und später aber, um ein paar mehr Heiden dazu zu gewinnen, also nicht Gläubige dazu zu gewinnen, haben sie das so mit einem anderen Fest vermischt und so ist Weihnachten entstanden. Und außerdem sagen sie es, weil in 2. Korinther 6, 14-18 heißt es ja auch, zieht nicht in einem Joch mit Ungläubigen. Denn, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Oder in 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es wird immer wieder davor gewarnt, göttliche Praktiken mit heidnischen, ungöttlichen Praktiken zu vermischen. Punkt Nummer 4. Kommerzialisierung. Manche sagen, Weihnachten hat gar nichts mehr mit Jesus zu tun. Es geht nur noch darum, dass möglichst viele Leute etwas kaufen, dass man sich die Wohnung voll schmückt und Geld ausgibt und Geld ausgibt. Und es geht nur noch darum, um ich bekomme, weil es macht doch überhaupt keinen Sinn. So, entweder hat Jesus Geburtstag und wir schenken Jesus was. Aber nein, Weihnachten geht eher darum, dass wir uns gegenseitig was schenken. Aber eigentlich geht es darum, dass ich was bekomme. Wir sehen einfach dieses Ganze, es geht nur noch darum, Geld auszugeben, sich Sachen zu kaufen. Und da lesen wir im 1. Timotheus 6, Vers 10, Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Oder in Prediger 5, Vers 6 heißt es, Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Und Lukas 12, Vers 15 sagt, Habt 8 und hütet euch vor der Habsucht. Und dann Sprüche 23, Matthäus 16, Es spricht immer davon, dass das schlecht ist, dieses, Ich will das, ich will alles, ich möchte dies und das. Und darum geht es viel an Weihnachten. Deshalb feiern manche Christen Weihnachten nicht. Kommen wir zu den Gründen, wieso manche Weihnachten feiern. Christen und Nicht-Christen feiern die Geburt von Jesus Christus. Also egal, ob er tatsächlich am 25., 24. an Weihnachten geboren ist oder nicht. An diesem Tag wird die Geburt von dem Retter gefeiert. Ich kenne noch, dass man in dem Kindergarten, in der Schule, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, ein Krippenspiel angeschaut hat. Das heißt, die Welt hat den Kindern erklärt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und ein ganzer Monat wird darauf gehofft oder darauf geschaut mit 1., 2., 3., 4. Advent und die Tage, die einzelnen 24 Tage mit Kalender und sowas. Man schaut drauf, dass Jesus geboren ist. Grund Nummer 2, es ist eine schöne Tradition. Und gegen Traditionen ist ja nichts zu sagen. Hier ist Liebe und Gemeinschaft und Fürsorge im Vordergrund. Wo Familie und Freunde zusammenkommen, essen und einfach eine schöne Zeit haben, sich gegenseitig was schenken, weil sie sich so lieben. Oder es gibt Aktionen, wo man Kleinigkeiten oder große Sachen sammelt und es armen Kindern schenkt oder Menschen, die nicht so viel haben. Grund Nummer 3, Weihnachten ist eine Chance, das Evangelium weiterzugeben. Denn Nichtgläubiger oder Gläubiger, alle gehen in die Kirche. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, aber einmal an Weihnachten. Und das ist die Möglichkeit, dass wir das Evangelium weitergeben. Denn wir feiern ja schon Weihnachten, wir feiern ja schon, dass Jesus geboren ist. Also können wir ja auch weitererzählen, was so toll daran ist, dass Jesus geboren ist. Weil ein Kind ist vor 2000 Jahren geboren, was ist so toll daran? Nicht nur, dass er ein guter Mensch war oder sowas. Nein, er ist gekommen, um uns zu retten vor unserer eigenen Sünde. Wir haben gesündigt und sind es nicht mehr wert, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Aber dadurch, dass er gestorben ist für unsere Sünden, können wir wieder in Verbindung mit Gott stehen. Markus 16, 15 sagt, Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Weitere Gründe sind Nächstenliebe, Hoffnung, Friede, Reflexion und Besinnung und Erinnerung an die Liebe Gottes. Also, ich habe euch jetzt gesagt, wieso manche Christen Weihnachten feiern und wieso manche Christen Weihnachten nicht feiern. Meiner Meinung nach ist es natürlich wichtig, herauszufinden, was der Ursprung ist von etwas, was wir tun, was wir feiern. Jedoch war es nie schlimm, was die Völker getan haben. Und jetzt hör zu, klar, wenn die Kinder verbrannt haben oder sowas, das ist was anderes. Aber an sich, wenn sie gesungen haben, wenn sie getanzt haben, wenn sie einen Baum geschmückt hätten, war es ja nie schlimm, dass sie es getan haben, also dass sie gesungen haben. Das Singen ist nicht schlecht, das Tanzen ist nicht schlecht, das Schmücken ist nicht schlecht, sondern wieso sie, die Intention ist das, was es schlecht gemacht hat. Denn sie haben es für andere Götter getan. Sie haben gesagt, wenn ich das tue, dann opfere ich dem Gott X etwas oder dem Gott Y etwas. Und als das Volk Israel da vermischt wurde und ebenfalls diese Bräuche angenommen haben, das ist das, was schlecht ist und was gegen Gott ist, nicht die Tat an sich. Außerdem finde ich, wenn man sich wirklich hinsetzt und die historischen Quellen durchgeht, die es gibt, kann man nicht wirklich wissen, wo Weihnachten hergekommen ist. Es gibt Theorien, es gibt Mythen, es gibt nur vage historische Quellen. Es gibt dieses eine Fest, dieses Saturnalien, das ist was, was vor Weihnachten eigentlich gefeiert wurde. Dann gibt es dieses Sol Invictus, wo man aber nicht weiß, was zuerst kam. Die Christen, die die Geburt von Jesus gefeiert haben oder die Römer, die halt die Sonne angebetet haben. Über den Weihnachtsbaum gibt es keine wirklichen historischen Quellen. Also es gibt Mythen, es gibt Erzählungen, es gibt sogar den Mythos, dass Martin Luther damit angefangen hat. Und der Baum soll irgendwie symbolisieren, der Herr kommt und wie auch immer. Aber es gibt keine historischen Quellen, dass eine Sekte oder dass ein Kult einen Baum geschmückt hat, um einen anderen Gott anzubeten. Es gibt Websites, die dir das sagen, aber wenn du dann runterscrollst und die Quellen suchst, dann gibt es keine. Aber auch wenn irgendwann mal an dem 25. jemand einen anderen Gott angebetet hat, finde ich es doch immer noch okay, wenn wir dieses Schlechte, dieses Schreckliche, dieses Falsche umdrehen und daraus was Gutes, Göttliches, Heiliges machen. Anders als wie zum Beispiel Halloween, wo wir Gott nicht mit reinnehmen, sondern es geht nur ums Verkleiden und Süßigkeiten und keine Ahnung, was man noch so da macht. An Weihnachten geht es um Gott, geht es um Jesus oder es sollte um Jesus gehen. Denn das ist mein großer Kritikpunkt. Wir sehen über die letzten 10, 20, 30 Jahre, dass Gott immer mehr aus Weihnachten rausgenommen wird. Es heißt jetzt nicht mehr Merry Christmas, sondern Merry X-mas. Es geht nicht mehr wirklich um Jesus' Geburt, sondern wie ich schon gesagt habe, mehr um die Kommerzialisierung. Es geht nur darum, uns zu kaufen, etwas zu bekommen. Der einzige Grund, wieso man sich was schenkt, ist, weil jemand gesagt hat, wir sollen uns was schenken, nicht, weil wir wirklich jemandem was schenken wollen. Keine Ahnung, was der Weihnachtsbaum mit Jesus zu tun hat. Keine Ahnung, was Deko und Lichter mit Jesus zu tun hat. Also klar, wenn man das alles für Gott macht, aus irgendeinem Grund, okay. Aber ich sehe, dass Weihnachten sehr, sehr weit weg ist von Jesus' Geburt heutzutage. Also fragt euch, wenn jemand, der keine Ahnung hat, was wir feiern, zu euch in die Wohnung kommt, seht ihr dann, dass es um Jesus geht? Oder geht es um einen seltsamen Baum und Geschenke? Also letztendlich um uns selber. Ich finde es schön, an Weihnachten die Familie zu sehen, mit der Familie zusammen zu kommen, zu essen. Ich finde es schön, wenn es Frieden herrscht und einfach Gemeinschaft hat mit den Menschen, die man liebt. Wenn man offen jedem sagen kann, ja, Jesus ist auferstanden, es war Ostern, Jesus ist geboren und vielleicht sogar noch erzählen kann, wieso und was daran so toll ist. Also was sage ich jetzt? Ist Weihnachten Sünde und man betet den Sonnengott damit an? Nein, es geht immer noch um Jesus. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt in Römer 14, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Es gibt keine Anweisung in der Bibel, dass wir Weihnachten feiern sollen. Manche Christen feiern es, andere nicht. Und es ist voll okay. Was wir nicht machen dürfen, ist den einen verurteilen, weil er es feiert und den anderen verurteilen, weil er es nicht feiert. Jeder kann es feiern, wenn er es möchte und er kann auch darauf verzichten, wenn er es nicht möchte. Denn die Bibel sagt auch, wenn du ein Problem damit hast, also wenn du wirklich sagst, ich möchte es lieber nicht feiern, denn es ist schon ein bisschen suspekt, dass es zu derselben Zeit ist, wo so die Sonnenwende ist, die Tage länger werden und dieses. Wenn das auf deinem Herzen ist, dann feier es nicht. Weil wenn du es dann doch feierst und denkst, es ist doch ein bisschen Sünde, dann wirst du nach deinem Herzen gerichtet. Denn letztendlich sollen wir doch machen, wie Kolosser 3, 23 sagt. Und alles, was ihr tut, tut vom Herzen für den Herrn und nicht für den Menschen. Aber für die, die Weihnachten feiern, denkt wirklich nochmal drüber nach, wieso. Ist es wegen den Geschenken, wegen dem Essen, wegen dem, ja, ich bekomme alles, was ich haben möchte. Oder geht es um Jesus? Wie wäre es, wenn wir mal was anderes tun? Wir laden Menschen ein, die vielleicht keine Familie haben. Und für mich, ich versuche jeden Tag die Geburt Jesus zu feiern. Klar, hört sich ein bisschen übertrieben an, aber egal wann, egal wo, bin ich dankbar für das, was Gott für mich getan hat. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Weihnachten ist eine gute Erinnerung. Deshalb sollte der Fokus an Weihnachten auch wieder bei Jesus sein. Aber ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Anmerkungen oder einfach mir widersprechen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare und wir können es ausdiskutieren. Aber wenn euch das Video gefallen hat, vergesst es auch nicht zu liken. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Cory hier, ihr da. Alles klar. Ich habe hier immer zwei Videos, die ich empfehlen kann für diese Woche. Schaut sie doch einfach mal an. Ich habe hier immer zwei Videos, die ich empfehlen kann.